Okay. Oder gehe ich da oben nach unten? Was ich von da nicht umstellen konnte, wollte ich sagen. Okay, also... Ahm. Ja, und hier komme ich aber nicht weiter. Okay, das heißt, ich muss... ... eigentlich da drüben diese Schnecken wegkriegen. Die Frage ist nur, warum? Warum sollte ich das tun? Da geht es ja nicht weiter. Achso, ich habe natürlich den Sound vergessen. Genau, da geht es weiter. Da ist der andere Schalter wahrscheinlich für unten, für das Dreieck. Ja. Jo, gut. Dann mal los. Dann nehme ich hier die Abkürzung. Schlapp, schlapp. Ouch, schon wieder verflogen. So, und nächster Versuch. So, wo führt es mich denn jetzt hin? Ah, okay. Soldier, Soldier, komm einmal. Aber wieso sehe ich denn jetzt nichts mehr? Das ist ja doof. Was ist denn das für ein Fehler? Nicht clever. Nochmal. So. Ah, okay. So, und hier ist diese Soundbar. Ich weiß, dass ich die brauche, aber ich weiß nicht mehr wo. Na gut, ich hole sie mir erst mal. So, und dann wollen wir erst mal gucken, wo uns das hier hinführt. Das klingt nicht gut, aber wir gehen trotzdem mal hier lang. So, hier kommen wir nicht durch. Uh. Ah. Ich dachte, da kämen nur zwei, aber da kommen wir mal... Zwei und dann drei. Okay. Das da sieht auch so aus, als wäre es... Was ist denn da rechts los? Mhm. Seltsam. Kann ich hier hoch? Ne, kann ich auch nicht. Das heißt, ich muss hier durch. Gucken wir uns das mal an. Drei. Ah, da hätte ich natürlich... Ja, 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 ja. Unten nach rechts gekonnt. Autsch. Zoom nach rein. So, jetzt kommen die vielen. Also, die Beat-Punkte hole ich mir auch. Und es ist aber nichts zum Thema Sound. Au. Kommt der denn her? Geh weg. Oh. So, der schießt mich da eh durch. Und in der nächsten Runde hoffentlich auch ganz nach draußen. Okay, hier komme ich. Ich wollte erst hoch und mich dann vorbeischleichen. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Tschüss. Okay, da ist die Soundkugel. Das habe ich ja verstanden. Hier sind die ganzen Fässer. Da will ich nicht lang. Muss ich wirklich diesen Gang hier entlang gehen? Mit den ganzen... Ach. Ich mal gucken, wie oft ich da noch einfliege. Mit den ganzen Schüssen und alles. Aber es scheint ja die einzige Möglichkeit zu sein. Ich habe ja schon ein paar Mal gedacht, dass ich es auf keinen Fall schaffen kann. Zu optimistisch. Was kommt der denn schon wieder her? Doofbatz. So, jetzt bin ich Champion. Was auch immer das bedeutet an Eigenschaft. Bedeutet, dass ich ganz schön Leben verloren habe. So, drei. Ah. Na, sicher. Okay, also hier muss ich lang. Mit der Soundbar. Das ist ja unschön. Aber, egal. Da ist ein Checkpoint. Das heißt, wir können das unendlich oft versuchen. Macht euch auf was Fieses gefasst. Dann wollen wir mal. Okay, die geht wirklich relativ langsam. Das heißt, das hier ist der vorgegebene Weg. Ach ja, klar. Und wenn ich getroffen werde, muss ich sie fallen lassen. Und dann bin ich ihr verratzt. Kann ich sie nochmal haben? Gucken, wie weit ich komme. So, hier hoch. Wie gibt es das nächste Mal Ärger? Aber nicht, wenn ich so fahre. Nein, doch. Komm schon. Das reicht. Okay. Trotz großem Fehler. Geschafft. Sehr schön. Ey, grün ist Licht. Kommst du rein. Gut. Dann werde ich mal gucken, was mein Kumpel an der Tür sagt. Bis grün grün. Bis grün grün dolden. Mann. So. Ach, hier ist wieder so eine Sternenparade. Ja klar. Prinz Maestro spricht hier auch. Meine lieben Symphonianer. Zusammen mit meinen zwei neuen Freundinnen werde ich ein absolut ungefährliches und umweltfreundliches Ritual durchführen. Wo sind die denn, die Freundinnen? Ich seh sie gar nicht. Danach habe ich die absolute Macht über Symphonie als Musik. Vergiss es. Meine Bongos werden bis in alle Ewigkeit spielen. Ja, und dann kommt BeatBuddy. Das werden wir zu verhindern wissen. So, kommen wir hier durch. Guten Tag, Prinz. Komme ich hier hoch? Ne, nicht ad hoc. Okay, dann gehe ich mal in den Untergrund. Gucken wir mal, was hier wieder schief läuft. Kerl, alles ist kaputt. Oh. What? Na sicher. Okay, da haben wir ein bisschen was zu tun. Während Prinz Maestro mit unseren Schwestern sich vergnügt. Oder muss ich jetzt das Richtige finden hier? Weil hier war da nichts. Ach komm schon. Kann ich wahr sein. Aber hier ist auch Schicht. Achso. Ich komme hier nicht hoch. Klar, da ist ja auch Duck Prinz. Könnte sein, dass ich das Richtige finden muss, ne? Es leuchtet ja da oben auch noch. Also. Das hier ist schon mal Abfall. Kann das wirklich sein? Also ich probiere das mal, weil ich einfach gerade im Moment keine bessere Idee habe. Aber sicher bin ich mir nicht. Das wäre ja total hohl. Aber ich komme ja oben auch nicht weiter. Ah, seltsam. Also wenn es eins ist, dann ist es eh das Letzte, was ich aufpicke. Ah ne, das war nicht so gedacht. Hier wollte ich es erst fallen lassen. Kann ich da mehrere rein tun? Das wäre vielleicht auch mal ganz spannend. Also wenn es gleich nicht klappt, dann probiere ich das mit mehreren. Ah, das war das Richtige. Tatsächlich. Unglaublich. Ja, dann gehen wir erstmal hier weiter. Das Vorletzte, ne? Nicht schlecht. So, da kommen hier wieder die Ömpels. Oh, ein paar viele. Okay. Autsch, Autsch, Autsch. Ich koche Leben, sehe ich gerade. Da unten gibt es genug. Gut, dass da ein Checkpoint ist. So, da sind schon mal zwei oder drei weg, je nachdem wie man es sieht. Da kommen die anderen. Komm schon. Komm du mal her. Okay, hast dich lange gewehrt. So, jetzt ist hier Ruhe. Dann möchte ich gerne den haben. Okay. So, tausend Röhren und ein paar Beat-Punkte. Dann gehen wir erstmal... Ei, 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 ei. Ähm. Ja, dann gehen wir erstmal da lang. Komm her. Mal gucken, wo uns der hinbringt. Da oben ist ein Schalter. Das ist gut. Ach, jetzt kann ich den nur einmal schalten, ja? Schade. Okay, also der hat da unten irgendwas gemacht. Äh, dann gehen wir weiter. Wo gehen wir hin? Mir egal. Versuchen wir mal hier unser Glück. Ach, jetzt sind wir wieder bei den Röhren. Okay. Was ist denn hier passiert? Eine Lampe grün von fünf. Okay, dann fangen wir an. Also, das war das da oben. Dann gehen wir mal hier rein. Gucken wir mal. Da kriege ich zumindest die Soundstation. Aber wie kriege ich die nach drüben? Also, wie immer. Ähm, wir machen sie zuerst mal platt. Dann haben wir das schon mal. Hahaha. So. Hier oben werde ich wieder eingesaugt. Das will ich im Moment gar nicht. Ich will mal gucken, wie ich sie transportieren kann. Also, hier durch. Also. Da durch. Und wie komme ich denn da hin? Durch die Röhre hier? Jo, aber über ewig und drei Ecken. Obwohl, hier sind lauter Bongos. Ja, das geht dann natürlich schnell. Okay. Also, so komme ich da hin. Dann probieren wir das gleich mal. Eins nach dem anderen. So. Also. Genug Leben habe ich. Dann wollen wir den Spaß mal angehen. los geht die wilde Fahrt. Hier rein. Die Hüfte ist weg. Schaffe ich. So. Die zweite Lampe grün. Okay, so funktioniert's. Äh, lass mich mal hier einsaugen. Komme ich nämlich da wieder raus. Dann gucken wir uns das Ganze mal hier auf der Röhrenseite an. Ohne Leben brauche ich nicht. Lasst mich mal bitte vorbei hier. Ah, ja, 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 abgeprallt. Ah ja, okay, ich behalte die grünen Lampen. Ich habe gerade einen Monsterschreck gekriegt. Das heißt, wir müssen einfach das hier versuchen. Wahrscheinlich geht das nur im Flow. Nein, da war der Flow schon wieder hinüber. Ja, dann. Versuch, was weiter. Knapp, knapp, knapp. Ich muss irgendwo einmal Gas geben, glaube ich. Jetzt muss ich mir erstmal Mut holen, indem ich was anderes probiere. Aber einen Versuch geben wir uns noch. Nein, 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 immer da oben und der Ecke. Gut, äh, ich glaube, wir müssen hier lang. Mit dem Flow. So, ich kann natürlich hier jetzt auch erstmal warten. Hier hätte ich ja auch einen Punkt zum Ausruhen und Kräfte zu sammeln. nur dann nicht mehr. Also, Halligalli. Ha, 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 who's the man? Gut, so, da dritte. Dritte Lampe grün, ey, grün dull. So, und jetzt muss ich hier wieder zurück, oder was? Das ist nicht euer Ernst. Och, komm schon. Okay, das war einfacher als erhofft. Ja, dann bleibt ja noch diese Röhre und die daneben. Und guck mal, wo es uns hier hinbringt. Ichobbe, wie es ein bisschen besser ist als ich Filmmrich nicht. Ich bin mir dran. Ich bin mir dran. Und jetzt gar nichtEP, ich bin ganz sicher. Ja, jetzt einfach alles grateful. Danke. Danke. Danke.